So liebe Leute, ein kurzes Aufklärvideo, weil viele Leute jedes Mal gesagt haben, naja, das wäre ja meine Schwester, was wir machen, wäre ja nicht okay und so weiter und so fort. Jetzt kurz das Aufklärvideo. Erstens ist das nicht meine Schwester, sondern meine Freundin. Zweitens, was wir machen, ist nichts Verbotenes oder sonst was. Man sollte es einfach akzeptieren, egal, wie soll ich sagen, man sollte alles akzeptieren, wenn man zusammen ist oder nicht und dann einfach diese Kommentare lassen, wo man betitelt, ja, die sind ja Geschwister und sonst was. Nein, es ist nicht meine Schwester. Meine Schwester kennt ihr alle, die ist auf TikTok genauso, aber das ist nicht meine Schwester, sondern meine Freundin. Ich hoffe, dass diese Frage jetzt geklärt ist und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bleibt gesund und munter und ja. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas anderes, stellt sie gerne in die Kommentare und Pascal macht natürlich für euch ein Video. In diesem Sinne, tschüss mit dem W.